Horrorgeschichten von Robert E. Howard Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders Copyright der Deutschen Übersetzung Fester Verlag, Borsdorf bei Leipzig Würmer der Erde Schlag die Nägel ein, Soldaten, und zeigt unserem Gast, wie unsere gute römische Gerechtigkeit aussieht. Der Sprecher zog den purpurfarbenen Umhang enger um seine kräftige Gestalt und lehnte sich auf seinem Amtsstuhl zurück, ganz so als säße er im Zirkus Maximus, um sich am Klirren der Gladiatorenschwerter zu erfreuen. Jede seiner Bewegungen kündete vom Wissen um die eigene Macht. Stolz war unverzichtbar für die Zufriedenheit des Römers, und Titus Sulla war zu Recht stolz. Er hatte eine kräftige, mittelgroße Statur und besaß die falkenartigen Gesichtszüge des reinblütigen Römers. Momentan lag auf seinen Lippen ein spöttisches Lächeln, das die Arroganz seiner hochmütigen Haltung noch unterstrich. Mit dem vergoldeten Kettenhemd und dem ziselierten Brustharnisch, wie sie seinem Rang gebührten, dem kurzen Stichschwert am Gürtel und dem versilberten, federgeschmückten Helm, der nun auf seinen Knien ruhte, bot er eine ausgesprochen militärische Erscheinung. Hinter ihm stand eine Gruppe regloser Soldaten mit Schild und Speer, blonde Riesen aus dem Rheinland. Vor ihm spielte sich die Szene ab, die ihm offenbar so viel Genugtuung bereitete. Eine Szene, wie sie innerhalb der weitreichenden Grenzen Roms nicht ungewöhnlich war. Ein grob gehauenes Kreuz lag flach auf der kahlen Erde. Daran gefesselt ein Mann, halbnackt, eine wilde Erscheinung mit seinen muskulösen Gliedern, den blitzenden Augen und seinen dichten, wirren Haaren. Seine Henker waren römische Soldaten und mit ihren schweren Hämmern machten sie sich soeben bereit, die Hände und Füße des Opfers mit eisernen Stiften an das Holz zu nageln. Nur eine kleine Gruppe Männer wohnte diesem grausigen Schauspiel auf dem gefürchteten Hinrichtungsplatz vor den Mauern der Stadt bei. Der Gouverneur mit einem wachsamen Gardisten, einige junge römische Offiziere und der Mann, den Soller als Gast bezeichnet hatte und der schweigend wie ein bronzernes Standbild dastand. Neben dem glanzvollen Prunk des Römers wirkte die bescheidene Gewandung des Mannes Trist fast schon düster. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, ähnelte aber nicht den Latinern um ihn her. Ihm fehlte die warme, beinahe orientalische Sinnlichkeit des mediterranen Typs, die sich in ihren Zügen spiegelte. Die blonden Barbaren hinter Sollers Stuhl sahen dem Mann in ihren Gesichtskonturen ähnlicher als die Römer. Er besaß nicht die vollen, geschwungenen roten Lippen oder die üppige Lockenpracht des Griechen, und sein dunkler Törr entsprang auch nicht dem satten Oliv des Südens, sondern eher der rauen Dunkelheit des Nordens. Die gesamte Erscheinung des Mannes weckte vage Assoziationen an die düsteren Nebel der Finsternis, die Kälte und die eisigen Winde der kargen nördlichen Lande. Selbst seine schwarzen Augen waren von kalter Wildheit, wie schwarze Feuer, die durch klaftertiefes Eis brannten. Er war nur von mittlerer Größe, doch er hatte etwas an sich, das über bloße körperliche Masse hinausging, eine Art intensive, natürliche Vitalität, vergleichbar nur mit der eines Wolfs oder Panthers. Sie zeigte sich in jeder Linie seines geschmeidigen, kompakten Körpers, wie auch in seinem groben, glatten Haar und den schmalen Lippen, in der raubvogelartigen Haltung seines Kopfes auf dem muskulösen Hals, in den breiten, massigen Schultern, der gewaltigen Brust, den schlanken Lenden und den schmalen Füßen. Gebaut in der raubtierhaften Effizienz des Panthers bot er ein Abbild dynamischer Kraft, kontrolliert von eiserner Selbstbeherrschung. Zu seinen Füßen kauerte einer so dunkelhäutig wie er, doch da endete die Ähnlichkeit auch schon. Dieser andere war ein verkümmerter Riese mit knorrigen Gliedern, einem untersetzten Körper, fliehender Stirn und einem Ausdruck dumpfer Wildheit im Gesicht, jetzt deutlich vermischt mit Furcht. Wenn der Mann am Kreuz von seinem wilden, äußeren Heer dem Mann ähnelte, den Sulla als Gast bezeichnete, so ähnelte jener umso mehr dem kauernden, verkrüppelten Riesen. »Nun, Pater Magodna«, meinte der Gouverneur mit wohlbedachter Boshaftigkeit, »wenn ihr zu eurem Stamm zurückkehrt, werdet ihr von der Gerechtigkeit Roms, der Beherrscherin des Südens, berichten können.« »Ich werde etwas zu berichten haben«, antwortete der andere mit einer Stimme, die keinerlei Gefühle verriet, genau wie sein dunkles, unbewegtes Gesicht nichts von dem Aufruhr in seiner Seele erkennen ließ. »Gerechtigkeit für alle unter der Herrschaft Roms«, sagte Sulla. »Pax Romana! Belohnung für die Tugendhaftigkeit, Bestrafung für die Untaten!« Er lachte im Stillen über seine Scheinheiligkeit. Dann fuhr er fort. »Ihr seht, Gesandter des Piktenlandes, wie rasch Rom den Gesetzesbrecher bestraft!« »Ich sehe«, erwiderte der Pikte mit einer Stimme, die vor mühsam gezügelter Wut tief und drohend klang, »dass man den Untertan eines fremden Herrschers behandelt, als sei er ein römischer Sklave.« »Er wurde von einem unparteiischen Gericht angeklagt und verurteilt«, gab Sulla zurück. »Ei, und der Ankläger war ein Römer. Die Zeugen waren Römer, der Richter war ein Römer. Einen Mord hat er begangen. In einem Augenblick des Zorns streckte er einen römischen Kaufmann nieder, der ihn betrogen, hintergangen, beraubt und zu allem Überfluss auch noch geschlagen hat. Ist sein König denn nur ein räudiger Hund, das Rom seine Untertanen nach Gutdenken kreuzigen kann, verurteilt von römischen Gerichten? Ist sein König zu schwach oder töricht, um Selbstgerechtigkeit walten zu lassen, wenn man ihn informierte und formelle Anklage gegen den Täter erhebt?« »Nun«, antwortete Sulla zynisch, »Ihr mögt Bran Magmorn selbst in Kenntnis setzen. Rom, mein Freund, legt barbarischen Königen gegenüber keine Rechenschaft für seine Taten ab. Wenn Wilde unter uns weilen, sollen sie sich an die Gesetze halten oder die Konsequenzen tragen.« Der Pikte presste seine Lippen mit einer Entschlossenheit aufeinander, die Sulla verriet, dass weitere Sticheleien ihm keine Antwort mehr entlocken konnten. Der Römer gab den Henkern einen Wink. Einer von ihnen nahm einen Eisennagel und setzte ihn auf das kräftige Handgelenk des Opfers. Dann schlug er fest mit dem Hammer zu. Die Spitze senkte sich tief in das Fleisch, rieb sich knirschend an den Knochen. Die Lippen des Gekreuzigten verzogen sich, doch kein Laut entwich ihnen. Wie ein gefangener Wolf gegen seinen Käfig ankämpft, so wehrte und wand sich das gefesselte Opfer. Die Adern an seinen Schläfen schwollen an, Schweiß trat auf seine Stirn, die Muskeln an Armen und Beinen zuckten und spannten sich. Aber die Hämmer fielen in unerbittlichen Schlägen, trieben die grausamen Eisennägel tiefer und tiefer durch Hand- und Fußgelenke. Blut floss in einem schwarzen Strom über die Hände, welche die Nägel hielten, und tränkten das Holz des Kreuzes. Deutlich hörte man das Splittern der Knochen. Und doch stieß das Opfer keinen Schrei aus, auch wenn sich seine geschwärzten Lippen verkrampften und verzerrten, bis das Zahnfleisch bloß lag und sein struppiger Kopf unkontrolliert hin- und herzuckte. Der Mann, der Pater Mak-Otna genannt wurde, thronte wie eine Statue mit lodernden Augen in einem unbewegten Gesicht, der ganze Körper vor übermenschlicher Selbstbeherrschung angespannt und hart wie Stahl. Zu seinen Füßen kauerte sein missgebildeter Diener, das Gesicht von dem grausigen Anblick abgewendet, die Arme um die Knie seines Herrn geklammert. Diese Arme griffen zu wie Stahlklammern, und unablässig murmelte der Mann vor sich hin wie in einer Beschwörung. Der letzte Hammerschlag fiel. Die Seile um Arme und Beine wurden durchtrennt, und nur noch die Nägel hielten den Gekreuzigten. Er hatte seine Abwehrbewegungen aufgegeben, die doch nur die qualvollen Foltern der Eisenstifte verstärkten. Seine glänzend-schwarzen Augen noch immer ungetrübt, wichen nicht vom Gesicht des Mannes, der Pater Mak-Otna genannt wurde. Ein verzweifelter Hoffnungsschimmer flackerte in ihnen. Jetzt hoben die Soldaten das Kreuz an und steckten es in das vorher ausgehobene Loch. Dann trampelten sie die Erde fest, damit es aufrecht stehen blieb. Der Pikte hing in der Luft, gehalten von den Nägeln in seinem Fleisch, aber noch immer drang kein Laut über seine Lippen. Noch immer hing sein Blick auf dem finsteren Gesicht des Gesandten, aber der Hoffnungsschimmer in seinen Augen verblasste zusehends. »Er wird noch Tage leben«, sagte Sulla vergnügt. »Diese Pikten sind schwerer zu töten als Katzen. Ich werde ihn Tag und Nacht von zehn Soldaten bewachen lassen, damit ihn niemand herunternimmt, bevor er stirbt.« »Eh, Valerius! Zu Ehren unseres hochgeschätzten Nachbarnkönig Bran-Mak-Morn reicht ihm einen Becher Wein.« Lachend trat der angesprochene junge Offizier vor, einen gut gefüllten Weinbecher in der Hand. Er erhob sich auf die zehn Spitzen und hielt den Becher an die rissigen Lippen des Gekreuzigten. In dessen schwarzen Augen blitzte eine Flamme unstillbaren Hasses auf, und indem er den Kopf zur Seite wandte, um jede Berührung des Bechers zu vermeiden, spuckte er dem jungen Römer mitten ins Gesicht. Mit einem Fluch schleuderte Valerius den Becher zu Boden, und bevor ihn jemand aufhalten konnte, riss er sein Schwert heraus und rammte es dem Gekreuzigten in den Leib. Sulla erhob sich mit einem herrischen Ausruf der Verärgerung. Der Mann, der Pater Mak-Ortna genannt wurde, war wütend zusammengezuckt, aber er biss sich auf die Lippen und schwieg. Valerius schien über sich selbst überrascht zu sein, als er verdrießlich sein Schwert säuberte. Er hatte rein instinktiv gehandelt, als Reaktion auf das eine Unerträgliche, die Verletzung des römischen Stolzes. »Legt euer Schwert ab, junger Herr«, rief Sulla. »Centurio Publius, stelle ihn unter Arrest. Einige Tage bei Wasser und Trockenbrot werden euch lehren, euren Patrizierstolz zu zügeln, wenn es um Angelegenheiten des Reiches geht. Ihr junger Narr, seht ihr denn nicht, dass ihr diesem Hund gar kein größeres Geschenk machen konntet? Wer würde denn nicht einen schnellen Tod durch das Schwert dem langsamen, qualvollen Dahinsiechen am Kreuz vorziehen? Schafft ihn fort. Und ihr, Zenturio, sorgt dafür, dass das Kreuz bewacht wird, damit die Leiche nicht heruntergeholt wird, bevor die Raben die Knochen abgenagt haben. »Pater Mak-Ortna, ich gehe zu einem Festmahl im Hause des Demetrius. Wollt ihr mich nicht begleiten?« Der Gesandte schüttelte den Kopf, die Augen unverwandt auf die schlaffe Gestalt gerichtet, die am blutbefleckten Kreuz hing. Er gab keine Antwort. Sulla lächelte höhnisch. Dann erhob er sich und schritt von dannen, gefolgt von seinem Sekretär, der feierlich den vergoldeten Stuhl trug, und den gleichmütigen Soldaten, in deren Mitte Valerius mit gesenktem Kopf davonging. Der Mann, der Pater Mak-Ortna genannt wurde, warf sich seinen Umhang über die Schulter und verharrte noch einen Moment, um das grausige Kreuz mit seiner Last zu betrachten. Dunkel zeichnete es sich vor dem blutroten Himmel ab, an dem sich bereits die düsteren Schatten der Nacht sammelten. Dann ging er davon, gefolgt von seinem schweigenden Diener. In einer Kammer in Eborakum schritt der Mann, der Pater Mak-Ortna genannt wurde, wie ein Tiger auf und ab. Die Sandalen an seinen Füßen erzeugten kein Geräusch auf den Marmorfliesen. »Grom«, wandte er sich an seinen krummen Diener. »Ich weiß wohl, warum du meine Knie so fest umklammert hieltest, warum du murmelnd die Hilfe der Mondfrau erflehtest. Du hattest Angst, ich würde meine Selbstbeherrschung verlieren und in meiner Raserei versuchen, diesem armen Teufel zu Hilfe zu eilen. Bei den Göttern. Ich glaube, genau das war es, was dieser römische Hund wollte. Ich habe gesehen, wie scharf mich seine gepanzerten Wachhunde beobachteten, und sein Hohn schien schwerer zu ertragen als gewöhnlich. »Ihr Götter! Schwarz und Weiß, Dunkel und Licht!« Finster wallte die Wut in ihm auf, und er schüttelte drohend die Fäuste. »Dass ich dabei stehen und zusehen musste, wie einer meines Volkes an einem römischen Kreuz abgeschlachtet wird, ohne Gerechtigkeit und nach einer Farce von einem Richterspruch.« »Ihr schwarzen Götter von Rellier!« »Selbst euch würde ich anrufen, um Tod und Vernichtung über diese Schlechter zu bringen. Ich schwöre bei den Namenlosen, dass Männer schreiend für diese Tat sterben werden, und Rom aufheult wie eine Frau, die im Dunkeln auf eine Natter tritt.« »Er hat euch erkannt, Herr«, sagte Grom. Der andere senkte den Kopf und bedeckte die Augen in einer Geste leidenschaftlichen Schmerzes. »Sein Blick wird mich bis in den Tod verfolgen. Ei, er hat mich erkannt, und fast bis zuletzt las ich in seinen Augen die Hoffnung, ich könnte ihm helfen. Götter und Teufel! Sollte in Rom meine Männer vor meinen Augen abschlachten! Dann bin ich kein König, sondern ein Hund.« »Nicht so laut im Namen aller Götter!« rief Grom erschrocken. »Erführen die Römer, dass ihr Bran-Mak-Morren seid! Sie würden euch gleich neben ihn ans Kreuz nageln.« »Bald werden sie es erfahren«, antwortete der König grimmig. »Zulange schon harre ich hier in der Maske eines Gesandten aus, um meine Feinde auszuspionieren. Sie glaubten, mit mir zu spielen, diese Römer, die ihre Geringschätzung und Verachtung unter geschliffenem Spott verstecken. Die Römer sind höflich zu barbarischen Gesandten. Sie geben uns schöne Häuser, um darin zu wohnen, bieten uns Sklaven an, befriedigen unsere Gelüste nach Frauen, Gold, Wein und Spielen. Doch gleichzeitig lachen sie über uns. Ihre Höflichkeit ist eine einzige Beleidigung. Und manchmal, so wie heute, lässt ihre Verachtung jede Maske fallen. Bah, ich habe ihre Schmacheleien durchschaut. Ich bin unerschütterlich geblieben und habe ihre wohlbedachten Beleidigungen geschluckt. Aber dies bei allen Dämonen der Hölle, dies ist mehr, als ein Mensch ertragen kann. Mein Volk schaut zu mir auf, und wenn ich es enttäusche, wenn ich auch nur einen enttäusche, selbst den Niedersten unter meinen Untertanen. Wer wird ihnen dann helfen? An wen sollen sie sich wenden? Bei den Göttern. Ich werde die Spöteleien dieser römischen Hunde mit schwarzen Pfeilen und scharfem Stahl beantworten. Und der Häuptling mit den Federn? Grum meinte den Gouverneur und in seiner guturalen Stimme vibrierte die Blutgier. Soll er sterben? Er zog sein Schwert halb aus der Scheide. Bran machte ein finsteres Gesicht. Leichter gesagt als getan. Er wird sterben, aber wie komme ich an ihn heran? Am Tag weichen seine germanischen Gardisten nicht von seiner Seite, bei Nacht bewachen sie Türen und Fenster. Er hat viele Feinde, Römer wie Barbaren. Manch ein Britannier würde ihm mit Freuden die Kehle durchschneiden. Grum packte Brans Umhang und geriet in Stammeln, als wilder Eifer seine sonst so schweigsame Natur übermannte. »Lasst mich gehen, Herr. Mein Leben ist nichts wert. Ich strecke ihn inmitten seiner Krieger nieder.« Bran lächelte grimmig und schlug dem verkrüppelten Riesen mit einer Kraft auf die Schulter, die einen schwächeren Mann zu Boden geschmettert hätte. »Nein, alter Kriegshund, dafür brauche ich dich zu sehr. Du sollst dein Leben nicht sinnlos fortwerfen. Außerdem würde Sulla deine Absicht in deinen Augen lesen, und die Speere seiner Teutonen würden dich durchbohren, bevor du ihn erreicht hast. Nein, nicht mit dem Dolch in der Dunkelheit werden wir diesen Römer fällen, nicht mit dem Gift im Becher oder dem Pfeil aus dem Hinterhalt.« Der König wandte sich ab und nahm seine Wanderung wieder auf, den Kopf nachdenklich gesenkt. Langsam verdunkelten sich seine Augen mit einem Gedanken, so furchtbar, dass er ihn nicht laut vor dem wartenden Krieger auszusprechen wagte. Während meines Aufenthaltes in dieser verfluchten Einhöde aus Schlamm und Marmor konnte ich mich ein wenig mit den verschlungenen Wegen der römischen Politik vertraut machen, sagte er schließlich. Kommt es zu einem Krieg am Wall, müsste Titus Sulla als Gouverneur dieser Provinz eigentlich mit seinen Zenturien dorthin eilen. Das tut Sulla jedoch nicht. Er ist kein Feigling, aber selbst der Tapferste meidet manche Dinge. Jeder Mann, so mutig er auch ist, hat seine geheimen Ängste. Daher schickt er an seiner Stelle Caius Camillus, der in Friedenszeiten die Marschen im Westen bewacht, um die Britannia am Überschreiten der Grenzen zu hindern. Und Sulla nimmt seinen Platz in Trajans Turm ein. Ha! Er wirbelte herum und packte Grom mit stählernen Fingern. Grom, nimm den roten Hengst und reite nach Norden. Säume nicht und schone weder Mensch noch Tier. Reite zu Kormak nach Kornacht und sage ihm, er soll mit Schwert und Fackel die Grenze bestürmen. Seine wilden Gehlen sollen ihre Blutgier stillen. Ich werde in Kürze zu ihm stoßen. Zuvor jedoch habe ich etwas im Westen zu erledigen. Groms schwarze Augen leuchteten und instinktiv zuckte seine verwachsene Hand in einer leidenschaftlichen Geste, einer Gebärde wilder Kampfeslust. Bran zog ein schweres Bronze-Siegel unter seiner Tunika hervor. Dies ist mein Geleitbrief als Gesandter bei den Römern, sagte er grimmig. Er öffnet dir alle Türen zwischen hier und Baldur. Und falls ein Staatsdiener zu genau nachfragt, hier. Bran hob den Deckel einer eisenbeschlagenen Truhe und nahm einen kleinen, aber schweren Lederbeutel heraus, den er dem Krieg erreichte. Wenn an einem Tor alle Schlüssel versagen, sagte er, dann nimm den Goldenen und jetzt geh. Es gab keine Abschiedszeremonie zwischen dem Barbarenkönig und seinem barbarischen Vasallen. Grom riss grüßend den Arm hoch, dann wandte er sich um und eilte hinaus. Bran trat an ein vergittertes Fenster und schaute auf die mondbeschienene Straße. Warten wir, bis der Mond untergeht, murmelte er düster. Dann nehme ich die Straße zur Hölle. Aber bevor ich gehe, habe ich noch eine Schuld zu begleichen. Das leise Klappern von Hufen auf Steinplatten drang an sein Ohr. Mit dem Geleitbrief und Gold ausgestattet kann nicht einmal Rom einen piknischen Plünderer aufhalten, flüsterte der König. Und jetzt werde ich schlafen, bis der Mond untergeht. Mit einem finsteren Blick auf die Marmorfriese und geriffelten Säulen, diese verhassten Symbole der römischen Zivilisation, warf er sich auf seine Liege, von der er schon lange Zeit unwirsch die Kissen und Seidenpolster gerissen hatte, da er sie als zu weich für seinen gestellten Körper empfand. Hass und das schwarze Feuer der Rache brodelten in ihm, aber dennoch fiel er sofort in den Schlaf. Die erste Lektion, die er in diesem bitteren, harten Leben gelernt hatte, bestand darin, den Schlaf zu nehmen, wo man ihn fand, so wie ein Wolf, der auf der Jagd einen kurzen Schlummer einlegt. Für gewöhnlich war sein Schlaf so leicht und traumlos wie der eines Panthers, doch nicht heute. Er sank in die weichen, grauen Tiefen des Schlafes, und in einem zeitlosen, nebelverhangenen Schattenreich, traf er auf die hochgewachsene, schlanke, weißbärtige Gestalt des alten Gona, Priester des Mondes und oberster Berater des Königs. Und Bran war bestürzt, denn Gonas Gesicht wirkte so weiß wie eine Schneewehe, und er zitterte, als habe er Fieber. Und zu Recht war Bran erschrocken, denn in all den Jahren seines Lebens hatte er bei Gona dem Weisen nie ein Anzeichen von Furcht wahrgenommen. Was gibt es, alter Mann? fragte der König. Ist alles wohl auf in Baldor? Alles wohl auf in Baldor, wo mein Körper schlafend liegt, antwortete der alte Gona. Über die Abgründe des Raumes bin ich gekommen, um mit dir um deine Seele zu kämpfen. Mein König, bist du des Wahnsinns, diesen Gedanken zu hegen, den ich in deinem Kopf versah? Gona, erwiderte Bran düster. Heute musste ich tatenlos zusehen, wie ein Mann meines Volkes am Kreuze Roms starb. Seinen Namen oder Rang kenne ich nicht, es ist mir auch gleich. Er mag ein treuer, unbekannter Krieger aus unseren Reihen gewesen sein, oder auch nur ein Gesetzloser. Ich weiß nur, er gehörte zu meinem Volk. Die ersten Gerüche, die er kannte, waren die Gerüche der Heide. Das erste Licht, das er erblickte, war der Sonnenuntergang über den Hügeln der Pikten. Er gehörte mir nicht, Rom. War eine Bestrafung gerechtfertigt, so hätte kein anderer als ich sie vollziehen dürfen. Sollte er vor Gericht stehen, so hätte kein anderer als ich über ihn richten dürfen. Das gleiche Blut floss in unseren Adern, das gleiche Feuer loderte in unseren Herzen. Als Kinder lauschten wir den gleichen alten Geschichten, sangen die gleichen alten Lieder. Er war an mein Herz gebunden, so wie jeder Mann, jede Frau und jedes Kind des Piktenlandes an mich gebunden ist. Es wäre meine Aufgabe gewesen, ihn zu beschützen. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu rächen. Aber im Namen der Götter, Bran, rief der Zauberer, verfolge deine Rache auf andere Weise. Kehre ins Heideland zurück, ziehe deine Krieger zusammen, vereine dich mit Kormak und seinen Gehlen und breite ein Meer aus Blut und Flammen entlang des großen Walles aus. All das werde ich tun, antwortete Bran grimmig. Aber jetzt, jetzt werde ich Rache nehmen, wie kein Römer sie in seinen schlimmsten Träumen erahnen kann. Was wissen sie denn von den Geheimnissen dieser uralten Insel, die schon Leben barg lange bevor Rom aus den Sümpfen des Tibers emporstieg? »Bran, es gibt Waffen, die zu grauenhaft sind, um sie selbst gegen Rom einzusetzen!« Bran bellte ein kurzes, scharfes Lachen wie ein Schakal. »Es gibt keine Waffen, die ich nicht gegen Rom einsetzen kann. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Beim Blut aller Teufel hat Rom etwa redlich gegen mich gekämpft. Ich bin ein Barbarenkönig mit einem Mantel aus Wolfsfell und einer eisernen Krone. Und ich kämpfe mit einer Hand voll Bogen und zerbrochenen Piken gegen die Beherrscherin der Welt. Was habe ich denn? Die Heidehügel, die Flechtenhütten, die Speere meiner zotteligen Krieger? Und ich kämpfe gegen Rom mit seinen gepanzerten Legionen, seinen weiten, fruchtbaren Ebenen und ergiebigen Meeren, mit seinen Bergen und Flüssen und glänzenden Städten, mit seinem Reichtum, seinem Stahl, seinem Gold, seiner Überlegenheit und seinem Zorn. Mit Stahl und Feuer werde ich es bekämpfen und mit List und Verrat. Mit dem Dorn im Fuß, der Natter auf dem Weg, dem Gift im Becher, dem Dolch in der Dunkelheit, ei. Seine Stimme wurde leiser und düsterer. Und mit den Würmern der Erde. Aber das ist Wahnsinn, schrie Gona. Du wirst sterben bei dem, was du vorhast. Du wirst hinabsteigen in die Hölle und niemals zurückkehren. Was wird dann aus deinem Volk? Wenn ich ihm nicht dienen kann, dann ist es besser, wenn ich tot bin, knurrte der König. Aber du kannst die Wesen, die du suchst, nicht einmal erreichen, rief Gona. Über ungezählte Jahrhunderte haben sie sich immer weiter von uns entfernt. Es gibt keine Tür, durch die du zu ihnen gelangen kannst. Vor langer Zeit haben sie die Bande durchtrennt, die sie mit der Welt, wie wir sie kennen, verbanden. Vor langer Zeit, antwortete Bran finster, hast du mich gelehrt, dass nichts im Universum vom Strom des Lebens getrennt wird. Ein Ausspruch, dessen Wahrheit ich seither oft beobachten konnte. Jedes Volk, jede Lebensform ist auf eine bestimmte Weise mit dem Rest des Lebens und der Welt verbunden. Und irgendwo muss eine schwache Verbindung existieren, die jene, die ich suche, mit unserer Welt vereint. Irgendwo gibt es eine Tür, und irgendwo in den öden Marschen des Westens werde ich sie finden. Nacktes Entsetzen ließ Gonas Augen überfließen, und weinend gab er zurück. Wehe, wehe, der Piktenheit! Wehe, dem ungeborenen Königreich! Wehe, bitteres Wehe, den Menschen söhnen! Wehe, 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 wehe! Als Bran erwachte, lag der Raum im Schatten. Auf den Fensterstreben spielte das Sternenlicht. Der Mond war nicht mehr zu sehen, doch sein Schein hing noch schwach über den Hausdächern. Erinnerungen an seinen Traum ließen ihn erschaudern, und er fluchte leise. Er stand auf, streifte Umhang und Mantel ab, dann warf er sich ein leichtes, schwarzes Kettenhemd über und legte Schwert und Dolch an. Wieder ging er zur eisenbeschlagenen Truhe, aus der er nun mehrere kleine Beutel nahm, deren klimpernden Inhalt er in den Lederbeutel an seinem Gürtel schüttete. Dann warf er seinen weiten Umhang über und verließ leise das Haus. Keine Diener spionierten hinter ihm her. Er hatte unwirsch die angebotenen Sklaven ausgeschlagen, mit denen Rom üblicherweise die barbarischen Gesandten umgab. Der verwachsene Grumm hatte sich um die einfachen Bedürfnisse des Piktenkönigs gekümmert. Die Ställe lagen zum Hof. Nach kurzem Tasten in der Dunkelheit legte er seine Hand auf die Nüstern eines stattlichen Hengstes, um das Schnauben des Wiedererkennens zu dämpfen. Ohne Licht zu machen, zäumte und sattelte er rasch das große Tier, dann führte er es über den Hof in eine dunkle Seitengasse. Der Mond ging jetzt vollends unter, und die Grenze der Schatten entlang der westlichen Mauer verbreiterte sich. Stille lastete über den Marmorpalästen und Lehmhütten von Eborakum unter den kalten Sternen. Bran berührte den Beutel an seinem Gürtel, der schwer war vom gemünzten Gold mit dem Stempel Roms. Er war nach Eborakum gekommen und hatte sich als ein Gesandter der Pikten ausgegeben, um zu spionieren. Aber als Barbar hatte er seine Rolle nicht in distanzierter Förmlichkeit und ruhiger Würde ausüben können. Er erinnerte sich an unzählige wilde Gelage, bei denen der Wein in Strömen floss, an weißbrüstige römische Frauen, die gelangweilt von ihren zivilisierten Liebhabern einen kraftstrotzenden Barbaren mit mehr als nur Wohlwollen betrachteten, an Gladiatoren-Spiele und an andere Spiele, bei denen Würfel klapperten und rollten und große Mengen Gold den Besitzer wechselten. Er hatte zügellos getrunken und tollkühn gespielt, nach Art der Barbaren, und er hatte eine bemerkenswerte Glückssträhne gehabt, vermutlich gerade aufgrund der Gleichgültigkeit, mit der er gewann oder verlor. Gold war für den Pikten wie Staub, der durch die Finger rieselte. In seinem Land bestand kein Bedarf daran, doch hatte er dessen Macht in den Grenzen der Zivilisation kennengelernt. Fast schon in den Schatten der nordwestlichen Wand sah er vor sich den großen Wachturm aufragen, der mit der äußeren Stadtmauer verbunden war und diese überragte. Eine Ecke der burgartigen Festung, diejenige, welche am weitesten von der Mauer entfernt war, diente als Kerker. Bran ließ sein Pferd in einer dunklen Gasse zurück, die Zügel auf dem Boden schleifend, und schlich sich wie ein pirschender Wolf in die Schatten der Festung. Der junge Offizier Valerius wurde durch ein leises Geräusch am vergitterten Fenster aus einem leichten, unruhigen Schlaf geweckt. Er setzte sich auf und fluchte leise, als das fahle Sternenlicht, vor dem sich die Gitterstäbe abzeichneten, auf den nackten Steinboden fiel und ihn an seine Ungnade erinnerte. Aber in wenigen Tagen, so grübelte er, hatte er es überstanden. Sulla würde sicherlich nicht zu streng zu einem Mann sein, der über Verbindungen wie er verfügte, und dann sollte es nur ein Mann oder eine Frau wagen, ihn zu verspotten. Verdammt sei dieser dreiste Pikte! Doch halt, dachte er plötzlich und erinnerte sich. Was war das für ein Geräusch gewesen, das ihn geweckt hatte? Psst! zischte eine Stimme vor dem Fenster. Warum diese Heimlichtuerei? Es konnte ja wohl kaum ein Feind sein. Andererseits, warum sollte es ein Freund sein? Valerius erhob sich und durchquerte seine Zelle bis dicht ans Fenster. Draußen lag alles im düsteren Zwielicht, und er konnte nur eine schattenhafte Gestalt vor der Öffnung ausmachen. Wer bist du? Noch dichter beugte er sich zu den Gitterstäben und strengte seine Augen an, um etwas zu erkennen. Die Antwort war ein Fauchen wölfischen Gelächters und das Blitzen von langem Stahl im Licht der Sterne. Valerius taumelte vom Fenster zurück und stürzte zu Boden, seine Kehle umklammernd und entsetzlich gurgelnd, als er zu schreien versuchte. Blut schoss zwischen seinen Fingern hervor und bildete um seinen zuckenden Körper eine Lache, die vom schwachen Sternenlicht düster und rötlich reflektiert wurde. Draußen glitt Bran wie ein Schatten davon, ohne noch einen Blick in die Zelle zu werfen. In kaum einer Minute bogen die Wachen auf ihrer regulären Streife um die Ecke. Er hörte schon das gemessene Stampfen ihrer gepanzerten Füße. Bevor sie in Sicht gerieten, hatte er sich bereits verzogen, und sie stapften schwerfällig am Zellenfenster vorbei, ohne etwas von der Leiche zu ahnen, die drinnen auf dem Boden lag. Bran ritt zum kleinen Tor in der westlichen Stadtmauer, unbelästigt von der schläfrigen Wache. Wer käme auch auf den Gedanken, eine feindliche Invasion in Eborakum zu fürchten, und gewisse wohlorganisierte Diebe und Mädchenhändler sorgten schon dafür, dass es für die Gardisten lukrativer war, sich nicht allzu wachsam zu zeigen. Aber der einzelne Wachmann am westlichen Tor, seine Kollegen lagen betrunken in einem nahen Bordell, hob seinen Speer und bellte Bran an, anzuhalten und sich zu erkennen zu geben. Schweigend ritt der Pikte näher. Verborgen in seinem dunklen Umhang war er für den Römer nur eine finstere, undeutliche Gestalt, und nur das Glitzern seiner kalten Augen ließ sich in der Dunkelheit erkennen. Doch Bran hob seine Hand ins Sternenlicht, und der Soldat sah das Funkeln von Gold und in der anderen Hand den kalten Glanz von Stahl. Der Römer verstand, und die Wahl zwischen einem goldenen Bestechungsgeschenk und einem Kampf auf Leben und Tod gegen diesen unbekannten Reiter, der anscheinend barbarischen Blutes war, fiel ihm nicht schwer. Knorrend senkte er seinen Speer und öffnete das Tor. Bran ritt hindurch und warf dem Römer eine Handvoll Münzen hin. In einem goldenen Regen klimperten sie zu seinen Füßen auf die Steinplatten. In habgieriger Eile bückte sich der Soldat, um sie aufzuheben, und Bran McMorn galoppierte nach Westen wie ein Geist in der Nacht. In die dämmerigen Marschen des Westens gelangte Bran McMorn. Ein kalter Wind blies über die düstere Ödnis, und einige Reier zogen mit gemächlichem Flügelschlag über den grauen Himmel. Die langen Schilfrohre und Gräser wogten in unsteten Wellen, und draußen in der Trostlosigkeit der Einöde spiegelte sich in stillen Tümpeln das trübe Licht. Hier und da erhoben sich seltsam regelmäßige Hügel, und vor dem tristen Himmel gewahrte Bran eine Marschreihe hagerer Monolithen, Menhiere, aufgerichtet von welchen namenlosen Händen. Eine blasse blaue Linie im Westen markierte die Gebirgsausläufer, die hinter dem Horizont in die rauen walisischen Berge übergingen. Dort lebten noch immer wilde Keltenstämme, kämpferische blauäugige Menschen, die nie das Joch Roms kennengelernt hatten. Eine Reihe gut befestigter Wachtürme hielt sie in Schach. Selbst von hier, jenseits der Marschen, konnte Bran die uneinnehmbare Festung erkennen, die man Trajans Turm nannte. Diese karge Einöde schien der Inbegriff trister Einsamkeit zu sein. Doch war auch sie nicht ganz bar menschlichen Lebens. Bran traf auf die wortkargen Bewohner der Marschen mit ihren dunklen Augen und Haaren, die ein seltsames Mischidiom sprachen, dessen vor langer Zeit verschmolzene Elemente nichts mehr von ihrer Herkunft aus ursprünglich unverfälschten Quellen verrieten. Bran erkannte eine gewisse Verwandtschaft dieser Menschen mit ihm selbst, aber er blickte auf sie herab mit der Verachtung des reinblütigen Adligen für Menschen gemischten Blutes. Nicht, dass das gemeine Volk von Kaledonien durch und durch reinblütig gewesen wäre. Ihre stämmigen Körper und kräftigen Glieder hatten sie von einem primitiven teutonischen Volk, das noch vor Beendigung der keltischen Eroberung Britanniens seinen Weg in die nördliche Spitze der Insel gefunden hatte und dort von den Pikten aufgesaugt worden war. Doch die Häuptlinge von Brans Volk hatten seit Anbeginn der Zeit ihr Blut vor fremden Beimischungen bewahrt, und er selbst entsprach einem reinblütigen Pikten der alten Rasse. Diese Marschbewohner jedoch, immer wieder von britannischen, gälischen und römischen Eroberern überrannt, hatten von allen Blut in sich aufgenommen und darüber fast gänzlich ihre ursprüngliche Sprache und Abstammung vergessen. Denn Bran entstammte einem sehr alten Volk, das sich in einem riesigen dunklen Imperium über Westeuropa ausgebreitet hatte, bevor die Indogermanen kamen, als die Vorfahren der Kelten, der Hellenen und der Germanen noch ein Urvolk waren, vor den Zeiten, als sich Stämme abspalteten und westwärts wanderten. Nur in Kaledonien hatte Brans Volk dem Ansturm der indogermanischen Eroberungen standgehalten. Er hatte von einem piktischen Volk gehört, den Basken, die in den schroffen Höhen der Pyrenäen lebten und behaupteten, niemals erobert worden zu sein. Aber er wusste, dass sie jahrhundertelang den Vorfahren der Gehlen Tribut gezahlt hatten, bevor diese keltischen Eroberer ihr Gebirgsreich verließen und die Segel nach Irland setzten. Nur die Pikten von Kaledonien waren freigeblieben, und noch vor kurzem hatten sie sich in kleine, verfeindete Stämme aufgespalten. Er regierte als erster anerkannter König seit 500 Jahren, der Begründer einer neuen Dynastie oder vielmehr der Wiederbelebung einer alten Dynastie unter einem neuen Namen. Direkt vor den gefletschten Zähnen Roms träumte er seinen Traum von einem Reich. Er durchwanderte die Marschen auf der Suche nach einer Tür. Den dunkelhäutigen Marschbewohnern sagte er nichts von seiner Queste. Sie berichteten ihm Neuigkeiten, die von Mund zu Mund gingen, Nachrichten von einem Krieg im Norden, dem schrillen Lärm von Kriegspfeifen entlang des römischen Walls, Berichte von Versammlungsfeuern im Heideland, von Flammen und Rauch und Plünderungen und von gälischen Schwertern, die sich an den Blutströmen der Schlacht labten. Die Adler der Legionen zogen nordwärts, und die uralte Straße hallte wieder vom Stampfen der eisenbewehrten Füße. Und Bran in den Marschen des Westens lachte und schien erfreut. In Eborakum gab Titus Sulla geheimen Befehl, nach dem piktischen Gesandten mit dem gälischen Namen zu suchen, dem man nie getraut hatte und der in der Nacht verschwunden war, als man den jungen Valerius mit durchbohrter Kehle tot in seiner Zelle auffand. Sulla spürte, dass dieser plötzliche Kriegsausbruch am Wall eng mit der Hinrichtung jenes piktischen Verbrechers zusammenhing und setzte sein System von Spionen in Bewegung, obwohl er sich davon überzeugt zeigte, dass Pater Makortna mittlerweile längst außer Reichweite war. Er bereitete sich zum Abmarsch aus Eborakum vor, schloss sich aber nicht der beeindruckenden Streitmacht von Legionären an, die er nach Norden ziehen ließ. Sulla war ein mutiger Mann, aber jeder Mann hat seinen persönlichen Dämon, und der von Sulla war Kormak-Nakornacht, der schwarzhaarige Prinz der Gehlen, der geschworen hatte, dem Gouverneur das klopfende Herz herauszuschneiden und es roh zu verspeisen. Also ritt Sulla mit seiner stets präsenten Leibgarde nach Westen, wo Trajans Turm mit seinem kriegslästernen Kommandanten Caius Camillus stand, der nichts mehr liebte, als den Platz seines Vorgesetzten einzunehmen, wenn die roten Wogen des Krieges an den Fuß des Walls brandeten. Nicht gerade vorschriftsmäßig, aber der Legat Roms besuchte nur selten diese ferne Insel, und dank seines Reichtums und seiner Intrigen stellte Titus Sulla die höchste Macht in Britannien. Und Bran, der dies alles wusste, erwartete in der verlassenen Hütte, in der er sich eingenistet hatte, geduldig die Ankunft des Anderen. An einem grauen Abend streifte er zu Fuß durch die Moore, eine dunkle Gestalt, die sich scharf gegen das düstere Blutrot des Sonnenuntergangs abzeichnete. Er spürte das unvorstellbare Alter dieses schlummernden Landes, und er fühlte sich wie der letzte Mensch am Tag nach dem Weltuntergang. Und schließlich entdeckte er doch noch ein Anzeichen menschlichen Lebens. Eine triste Hütte aus Flechtwerk und Lehm an der schilfbewachsenen Brust der Marsch. Eine Frau grüßte ihn von der offenen Tür aus, und Bran's dunkle Augen verengten sich misstrauisch. Die Frau war nicht alt, doch die finstere Weisheit vieler Zeitalter lag in ihren Augen. Ihre Kleidung wirkte abgerissen und kerkelig, und ihre schwarzen Locken wirr und ungekämmt, was ihr eine Aura der Wildheit verlieh, die gut zu dieser trostlosen Umgebung passte. Ihre roten Lippen lachten, doch es lag keine Heiterkeit in ihrem Lachen, nur eine Andeutung von Spott, und hinter ihren Lippen waren ihre Zähne scharf und spitz wie Reißzähne. »Tretet ein, Herr«, sagte sie, »wenn ihr euch nicht fürchtet, unter das Dach der Hexe von Dagomor zu treten.« Schweigend betrat Bran die Hütte und setzte sich auf eine morsche Bank, während die Frau sich mit dem dürftigen Mahl beschäftigte, das über der offenen Flamme der schmutzigen Feuerstelle köchelte. Er betrachtete ihre geschmeidigen, beinahe schlangenhaften Bewegungen, ihre fast schon spitzen Uhren, die seltsam schräg stehenden gelben Augen. »Was sucht ihr in den Marschen, mein Lord?« fragte sie und drehte sich mit einer fließenden Bewegung ihres ganzen Körpers zu ihm um. »Ich suche eine Tür«, antwortete er, das Kinn auf die Faust gestützt. »Ich habe den Würmern der Erde ein Lied zu singen.« Sie schreckte auf. Ein Krug fiel ihr aus der Hand und zerbrach auf der Feuerstelle. »Das sind schlechte Worte, selbst wenn sie leicht hingesprochen werden,« stammelte sie. »Ich spreche nicht leicht hin, sondern mit Bedacht«, erwiderte er. Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was ihr meint.« »Sehr wohl, weißt du es«, gab er zurück. »Ei, du weißt es nur zu gut.« »Mein Volk ist sehr alt. Es herrschte in Britannien, bevor die Nationen der Kelten und der Hellenen dem Mutterschoß der Völker entsprangen. Doch mein Volk ist nicht das erste in Britannien gewesen. Bei den Flecken deiner Haut, bei der Schräge deiner Augen, bei dem unreinen Blut in deinen Adern, ich weiß und meine, was ich sage.« Eine Weile stand sie schweigend da, ihre Lippen lächelnd, doch ihr Gesicht unergründlich. »Mann, seid ihr toll?«, fragte sie schließlich. »Dass ihr in eurem Wahn sucht, wovor in alten Zeiten starke Männer schreiend flohen?« »Ich begehre Rache«, antwortete er, »die nur von jenen vollzogen werden kann, die ich suche.« Sie schüttelte den Kopf. »Ihr habt dem Gesang eines Vogels gelauscht. Ihr habt leere Träume geträumt.« »Ich habe eine Viper zwischen Hören«, knurrte er, »und ich träume nicht. Genug mit diesem Wortgeplänkel. Ich kam, um nach einer Verbindung zwischen zwei Welten zu suchen. Ich habe sie gefunden.« »Euch kann ich nicht belügen, Mann des Nordens«, erwiderte die Frau. »Jene, die ihr sucht, hausen noch immer unter den schlafenden Hügeln. Sie haben sich immer weiter und weiter von der Welt entfernt, die ihr kennt. Aber noch immer wagen sie sich das Nachts heraus, um Frauen zu rauben, die durch die Moore streifen.« Er hielt seinen Blick fest auf ihre schrägen Augen gerichtet. Sie lachte boshaft. »Was wollt ihr von mir?« »Dass du mich zu ihnen bringst.« Sie warf den Kopf zurück und stieß ein spöttisches Lachen aus. Seine linke Hand packte fest wie eine Eisenklammer ihr kerkliches Gewand, seine Rechte lag auf dem Heft seines Schwertes. Sie lachte ihm ins Gesicht. »Schlag zu und sei verdammt, mein Wolf des Nordens. Glaubst du, ein Leben wie meines ist so süß, dass ich mich daran festklammere wie ein Säugling an der Brust?« Er ließ sie los. »Du hast recht.« »Zudron ist dumm.« »Ich werde deine Hilfe erkaufen.« »Und wie«, spottete ihre lachende Stimme. Bran öffnete seinen Beutel und schüttete in seine Hand einen Strom von Gold. Mehr Reichtum, als die Menschen der Marschen sich jemals erträumten. Wieder lachte sie. »Was schert mich dieses rostige Metall? Spare es dir für eine blassbrüstige Römerin auf, die den Verräter für dich spielt.« »Nenne mir einen Preis«, drängte er. »Den Kopf eines Feindes?« »Beim Blut in meinen Adern, mit seinem Erbe uralten Hasses. Wer sollte mein Feind sein außer dir?« lachte sie, sprang wie eine Katze vor und stach zu. Doch ihr Dolch zerbrach am Kettenpanzer unter seinem Umhang und mit einer verächtlichen Drehung seines Handgelenks schleuderte er sie auf ihr grasbedicktes Lager. Lachend schaute sie zu ihm auf. »Dann will ich dir einen Preis nennen, mein Wolf, und es mag sein, dass du in künftigen Zeiten noch die Rüstung verfluchst, die Atlas-Dolch zerbrochen hat.« Sie erhob sich, trat dicht an ihn heran, und ihre unnatürlich langen Finger krallten sich wild in seinen Umhang. »Ich werde es dir sagen, schwarzer Bran, König von Kaledonien. Oh, ich erkannte dich, als du in meine Hütte kamst, mit deinem schwarzen Haar und deinen kalten Augen. Ich werde dich an die Pforten der Hölle führen, wenn du es wünschst. Und mein Preis sollen die Küsse eines Königs sein. Was schert mich mein verfluchtes und bitteres Leben? Mich, die Sterbliche, hassen und fürchten? Nie habe ich die Liebe eines Mannes kennengelernt, die liebkosung starker Arme, das Brennen menschlicher Küsse. Ich, Adla, die Wehrfrau der Moore, was kenne ich schon bis auf die einsamen Winde der Marschen, das triste Feuer der kalten Sonnenuntergänge, das Flüstern des Sumpfgrases. Nur die Gesichter, die in den Wassern der Tümpel zu mir heraufschauen, die leisen Schritte von Nachtwesen in der Finsternis, das schimmernrote Augen, das grausige Murmel namenloser Kreaturen in der Nacht. Zur Hälfte immerhin bin ich menschlich. Kenne ich denn nicht Kummer und Sehnsucht und Schwermut und den bitteren Schmerz der Einsamkeit? Schenke mir, König, schenke mir deine wilden Küsse und deine schmerzliche, barbarische Umarmung. Dann muss ich mich in den langen, trostlosen Jahren, die noch kommen werden, nicht innerlich verzehren, in nutzlosem Neid auf die blassbrüstigen Frauen der Menschen. Denn ich werde eine Erinnerung besitzen, derer sich nur wenige rühmen können. Die Küsse eines Königs. Eine Liebesnacht, o König, und ich führe dich an die Pforten der Hölle. Bran beäugte sie düster. Dann packte er mit seinen eisernen Fingern ihren Arm. Ein unwillkürlicher Schauder durchfuhr ihn bei der Berührung ihrer glatten Haut. Langsam nickte er, zog sie näher zu sich heran und beugte seinen Kopf herab, um ihren erwartungsvollen Lippen zu begegnen. Die kalten grauen Nebel des Morgens umhüllten König Bran wie ein feuchter Umhang. Er wandte sich zu der Frau um, deren schräge Augen im Zwielicht funkelten. Jetzt erfülle deinen Teil der Abmachung, sagte er grob. Ich suchte eine Verbindung zwischen zwei Welten, und in dir habe ich sie gefunden. Jetzt suche ich das Objekt, das diesen Wesen heilig ist. Es wird der Schlüssel sein, der die Tür öffnet, welcher unsichtbar zwischen mir und ihnen liegt. Sag mir, wie ich es finden kann. Das werde ich. Die roten Lippen lächelten dämonisch. Geh zu dem Hügel, den die Menschen Dagons Grab nennen. Rolle den Stein beiseite, der den Eingang blockiert, und geh in das Hügelgrab hinein. Der Boden der Kammer besteht aus sieben großen Steinen. Sechs von ihnen sind um einen siebten herum gruppiert. Hebe den mittleren Stein heraus, und du wirst sehen. Werde ich den schwarzen Stein finden? fragte er. Dargons Grab ist die Tür zum schwarzen Stein, antwortete sie, wenn du dem Pfad zu folgen wagst. Wird der Stein gut bewacht? Unbewusst lockerte er sein Schwert in der Scheide. Ihre roten Lippen kräuselten sich spöttisch. Wenn du jemanden auf dem Pfad triffst, wirst du sterben, wie kein Sterblicher seit langen Jahrhunderten gestorben ist. Der Stein wird nicht bewacht, so wie Menschen ihre Schätze bewachen. Warum sollten sie etwas bewachen, wonach der Mensch nie gesucht hat? Vielleicht werden sie in der Nähe sein, vielleicht nicht. Es ist ein Wagnis, das du eingehen musst, wenn du den Stein bekommen willst. Aber sieh dich vor, König des Piktenreiches. Vergiss nicht, dass es dein Volk gewesen ist, das vor so langer Zeit das Band durchtrennte, das sie mit dem menschlichen Leben verbunden hat. Damals waren sie fast menschlich. Sie bewohnten das Land und kannten das Sonnenlicht. Jetzt haben sie sich entfernt. Das Sonnenlicht kennen sie nicht mehr, und das Licht des Mondes scheuen sie. Sogar das Sternenlicht hassen sie. Weit, weit haben sie sich entfernt. Jene, die Menschen hätten werden können, wären da nicht die Speere deiner Vorfahren gewesen. Der Himmel war mit desigem Grau verhangen, durch welches kaum das kalte, gelbe Licht der Sonne drang, als Bran zu Dagons Grab kam, einem runden Hügel, überwuchert mit einem abscheulichen Gras, das seltsam schwammartig anmutete. An der östlichen Seite des Hügels ließ sich der Eingang zu einem grob behauernen Steintunnel erkennen, der offensichtlich in den Grabhügel hineinführte. Ein großer Felsbrocken blockierte den Eingang des Grabes. Bran legte die Hände an die schroffen Kanten des Steins und nahm all seine Kraft zusammen, konnte ihn aber nicht bewegen. Er zog sein Schwert und keilte die Klinge zwischen den Stein und die Schwelle. Indem er das Schwert vorsichtig als Hebel benutzte, gelang es ihm, den großen Stein zu lockern und zur Seite zu schieben. Ein widerlicher Leichenhausgestank wehrte ihm aus der Öffnung entgegen, und das schwache Sonnenlicht schien weniger den höhlenartigen Eingang zu beleuchten, als vielmehr von dieser fauligen Finsternis absorbiert zu werden. Mit dem Schwert in der Hand und auf alles gefasst, tastete sich Bran in den Gang vor, lang und schmal, gemauert aus ineinandergefügten Steinen und zu niedrig, als dass er aufrecht darin stehen konnte. Entweder gewöhnten sich seine Augen allmählich an das Zwielicht, oder die Dunkelheit wurde schließlich doch ein wenig vom Sonnenlicht erhellt, das durch den Eingang fiel. Jedenfalls gelangte er in eine niedrige, runde Kammer, deren kuppelartige Bauweise er vage erkannte. Hier waren zweifellos vor langer Zeit die Knochen des Mannes deponiert worden, für den man die Steine dieses Grabes zusammengefügt und mit Erde überhäuft hatte. Doch jetzt fanden sich auf dem Steinboden keine Überreste dieser Knochen mehr. Als er sich tief hinunterbeugte und seine Augen anstrengte, konnte Bran das seltsame, ungewöhnlich regelmäßige Muster dieses Bodens ausmachen. Sechs sorgsam behauernde Platten, die einen siebten, sechseckigen Stein umgaben. Er schob die Schwertspitze in eine Fuge und hebelte vorsichtig. Die Kante des Mittelsteins hob sich leicht. Mit etwas Anstrengung hiefte er ihn heraus und lehnte ihn gegen die gewölbte Wand. Aufmerksam spähte er nach unten, gewahrte jedoch nur die gähnende Schwärze eines finsteren Schachtes sowie einige kleine ausgetretene Stufen, die hinab in die Dunkelheit führten. Er zögerte nicht. Obwohl die Haut zwischen seinen Schultern seltsam kribbelte, schwang er sich in den Abgrund und spürte sofort, wie die Schwärze ihn umklammerte und verschluckte. Er tastete sich hinab, rutschend und stolpernd auf diesen Stufen, die viel zu klein schienen für menschliche Füße. Eine Hand fest an die Wand des Schachtes gepresst, konzentrierte er sich darauf, das Gleichgewicht zu wahren, um nicht in die unbekannte, unbeleuchtete Tiefe hinabzustürzen. Die Stufen waren aus dem soliden Felsgehauen aber schon sehr abgenutzt. Je tiefer er vordrang, desto weniger ähnelten sie Stufen als vielmehr Hückern aus abgewetztem Stein. Dann änderte sich abrupt die Richtung des Schachtes. Noch immer führte er abwärts, nun jedoch mit einer geringen Neigung, die er leicht überwinden konnte, die Ellbogen angewinkelt, den Kopf tief unter der gewölbten Decke gesenkt. Stufen gab es keine mehr, und der Stein fühlte sich schleimig an, fast wie der Bau einer Schlange. Was für Kreaturen, fragte sich Bran, waren diesen schrägen Schacht hinauf- und hinuntergeglitten, und über wie viele Jahrhunderte? Der Tunnel verengte sich, bis es für Bran immer schwieriger wurde, voranzukommen. Er legte sich auf den Rücken, die Füße nach vorn und schob sich mit den Händen weiter. Er wusste, dass er immer tiefer in die Eingeweide der Erde vordrang. Wie weit er sich schon unter der Oberfläche aufhielt, wagte er sich nicht vorzustellen. Doch da durchbrach weit vor ihm ein unheimlicher Lichtschein die abgrundtiefe Dunkelheit. Er grinste wild und ohne Heiterkeit. Wenn jene, die er suchte, plötzlich über ihn herfielen, wie sollte er in diesem engen Schacht kämpfen? Aber jegliche Angst um seine Person hatte er hinter sich gelassen, als er zu dieser höllischen Quäste aufgebrochen war. Er kroch weiter, ignorierte alles mit Ausnahme seines Ziels. Und schließlich gelangte er in einen riesigen Raum, in dem er aufrecht stehen konnte. Die Decke dieser Grotte konnte er nicht sehen, aber er bekam den Eindruck von schwindelerregender Weitläufigkeit. Von allen Seiten drang die Schwärze auf ihn ein, und hinter sich konnte er vage den Eingang des Schachtes wahrnehmen, aus dem er gerade gekommen war, ein schwarzes Loch in der Dunkelheit. Aber vor ihm hing ein seltsam grausiger Glanz über einem Altar, der aus menschlichen Schädeln erbaut war. Die Quelle des Lichtes konnte er nicht ausmachen, doch auf dem Altar lag ein unheilvolles, nachtschwarzes Objekt, der schwarze Stein. Bran hatte keine Zeit, den Göttern dafür zu danken, dass die Wächter dieses düsteren Relikts nicht in der Nähe weilten. Er nahm den Stein, klemmte ihn sich unter den Arm und kroch zurück in den Schacht. Wenn ein Mann der Gefahr den Rücken zukehrt, so spürt er das drohende Verhängnis drückender, als wenn er sich ihr näherte. Und so schien es Bran, als er mit seiner grausigen Beute zurück in den schwarzen Schacht kroch, dass die Dunkelheit grinsend und mit triefenden Reißzähnen hinter ihm herschlich. Kalter Schweiß bedeckte seine Haut und er eilte, so schnell es ihm möglich war, immer auf verstohlene Geräusche lauschend, die auf tödliche Verfolger hindeuten mochten. Heftige Schauder durchfuhren ihn und das kurze Haar in seinem Nacken kribbelte, als wäre eine kalte Brise über seinen Rücken. Als er die erste der winzigen Stufen erreichte, hatte er das Gefühl, an der äußeren Grenze der sterblichen Welt angelangt zu sein. Stolpernd und rutschend eilte er hinauf und mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung kam er in der Grabkammer heraus, deren gespenstische Düsternis ihm im Vergleich zu den stügischen Tiefen, die er soeben durchquert hatte, wie das grelle Mittagslicht vorkam. Er hiefte den Mittelstein an seinen alten Platt und schritt hinaus in das Licht des Tages. Nie hatte er den kalten gelben Schein der Sonne als wohltuender empfunden, denn er vertrieb die Schatten der schwarz geflügelten Albträume von Furcht und Wahnsinn, die ihm aus den schwarzen Tiefen gefolgt waren. Er schob den Felsbrocken vor die Öffnung, nahm seinen Umhang, den er am Eingang des Grabhügels zurückgelassen hatte, wickelte ihn um den schwarzen Stein und eilte davon. Tiefster Ekel und Abscheu ließen seine Seele erzittern und verliehen seinen Schritten Flügel. Eine graue Stille brütete über dem Land. Es lag verlassen wie die dunkle Seite des Mondes, aber unter seinen Füßen in der braunen Erde spürte Bran das Potenzial von Leben. Noch schlief es. Wann mochte es erwachen und auf welch entsetzliche Weise? Durch das hohe, dichte Schilf drang er zu dem stillen Tümpel vor, der Dagons See genannt wurde. Nicht das geringste Kräuseln störte das kalte, blaue Wasser und gab Zeugnis von dem grässlichen Ungeheuer, das der Legende nach in seinen Tiefen hauste. Bran ließ seinen Blick aufmerksam über die atemlose Landschaft schweifen. Er fand keinen Hinweis auf Leben, weder menschliches noch nichtmenschliches. Er horchte in sich hinein, lauschte auf die Instinkte seiner barbarischen Seele, ob unsichtbare Augen ihren tödlichen Blick auf ihn geheftet hatten, aber er fand nichts. Er schien allein zu sein, als wäre er der letzte lebende Mensch auf Erden. Schnell wickelte er den schwarzen Stein aus, und als er dort in seinen Händen lag, wie ein fester, düsterer Block aus Dunkelheit, verspürte Bran kein Verlangen, das Geheimnis seines Materials zu ergründen oder die geheimnisvollen Zeichen zu entziffern, die in ihn eingeritzt waren. Er wiegte ihn in der Hand und schätzte die Entfernung ab. Dann warf er ihn so weit hinaus, dass er fast genau in die Mitte des Sees fiel. Ein dumpfes Platschen und das Wasser schloss sich über dem Stein. Einen Moment lang war da eine glitzernde Bewegung im Schoß des Timpels. Dann lag die blaue Oberfläche erneut, friedlich und ungestört da. Die Wehrfrau fuhr herum, als Bran sich ihrer Tür näherte. Sie riss ihre schrägen Augen auf. Du? Am Leben? Und bei Verstand? Ich ging in die Hölle und bin zurückgekehrt, knurrte er. Und mehr noch. Ich fand, was ich suchte. Den schwarzen Stein? rief sie. Du hast wirklich gewagt, ihn zu stehlen? Wo ist er? Das ist nicht von Belang. Aber letzte Nacht wehrte mein Hengst im Stall und ich hörte, wie etwas unter seinen donnernden Hufen zermalmt wurde. Und es war nicht die Wand des Stalls. Blut klebte an seinen Hufen, als ich nachsehen kam. Und Blut befand sich auf dem Boden des Geheges. Und ich hörte verstohlene Laute in der Nacht und Geräusche unter dem Lehmboden meiner Hütte, als wühlten Würmer tief in der Erde. Sie wissen, dass ich ihren Stein gestohlen habe. Hast du mich verraten? Sie schüttelte den Kopf. Ich bewahre dein Geheimnis. Sie benötigen meine Worte nicht, um es zu wissen. Je weiter sie sich von der Welt der Menschen zurückgezogen haben, umso stärker sind ihre Kräfte in anderen unheilvollen Künsten gewachsen. Eines Morgens wird deine Hütte leer sein und wenn Menschen nachzusehen wagen, werden sie nichts finden, bis auf einige Erdreste auf dem Lehmboden. Bran lächelte grimmig. Ich habe nicht meine Pläne geschmiedet und diese Mühen auf mich genommen, um den Klauen von Ungeziefer zum Opfer zu fallen. Wenn sie mich in der Nacht niederstrecken, werden sie nie erfahren, was aus ihrem Götzenbild geworden ist oder was immer es für sie darstellt. Ich will mit ihnen reden. Hast du den Mut, in der Nacht mit mir zu kommen und sie zu treffen? fragte sie. Beim Donner aller Götter, fauchte er. Wer bist du, dass du es wagst, mich nach meinem Mut zu fragen? Führe mich heute Nacht zu ihnen und lass mich meine Rache mit ihnen aushandeln. Die Stunde der Vergeltung naht. Heute sah ich silberne Helme und glänzende Schilder über die Marschen funkeln. Der neue Kommandant ist in Trajans Turm angelangt und Karius Camillus ist zum Wall marschiert. In jener Nacht wanderte der König mit der schweigsamen Wehrfrau durch die dunkle Ödnis der Moore. Die Nacht breitete sich still und beinahe greifbar aus, als lege das Land in uraltem Schlummer. Nur schwach blinkten die Sterne, kleine rote Punkte, die sich mühsam durch die unbewegte Düsternis kämpften. Ihr Leuchten schien schwächer als das Glitzern in den Augen der Frau, die leichtfüßig neben dem König herschritt. Seltsame Gedanken ließen Bran erschaudern, vage, titanische, primitive Gedanken. In dieser Nacht regten sich in seiner Seele die uralten Bande zu diesen schlummernden Marschen und quälten ihn mit Geisterhaften vom Nebel der Zeitalter verhangenen Schemen aus grässlichen Träumen. Schwer spürte er das gewaltige Alter seines Volkes. Wo er jetzt als Ausgestoßener und Fremder daherging, hatten in alten Zeiten dunkeläugige Könige, aus deren Lehm er geformt war, geherrscht. Die keltischen und römischen Eindringlinge machten den Eindruck von Fremden auf dieser uralten Insel, wenn man sie mit seinem Volk verglich. Und doch war auch sein Volk einst ein Eindringling gewesen, und es hatte ein Volk gegeben noch älter als seines, eines dessen Anfänge vergessen und verloren in den dunklen Tiefen der Zeit lagen. Vor ihnen erhob sich eine niedrige Hügelkette, der östlichste Ausläufer jenes ausgedehnten Vorgebirges, das in weiter Ferne zu den walisischen Bergen heranwuchs. Die Frau führte ihn einen Weg entlang, der ein Schafspfad sein mochte und blieb vor der gähnenden schwarzen Öffnung einer Höhle stehen. Eine Tür zu jenen, die du suchst, oh König. Hass erfüllt halte ihr Lachen durch die Finsternis. Hast du den Mut einzutreten? Seine Finger krallten sich in ihre wirren Locken und erschüttelte sie brutal. Frag mich noch einmal, ob ich den Mut habe, knirschte er, und dein Kopf wird nicht mehr lange zwischen deinen Schultern ruhen. Geh weiter! Ihr Lachen erschien ihm wie ein süßes, tödliches Gift. Sie betraten die Höhle. Bran schlug Feuerstein und Stahl aneinander und im Flackern des Zunders erblickte er eine weite, staubige Höhle, an deren Decke Trauben von Fledermäusen hingen. Er entzündete eine Fackel, hielt sie in die Höhe und blickte sich in den dunklen Nischen der Höhle um, fand aber nichts als Staub und Leere. Wo sind sie? knurrte er. Sie winkte ihn zum hinteren Teil der Höhle, wo sie sich wie beiläufig an die raue Wand lehnte. Aber den scharfen Augen des Königs entging nicht, dass sie ihre Hand fest gegen einen vorspringenden Felssturz presste. Er schreckte zurück, als direkt vor seinen Füßen ein runder schwarzer Schacht aufklaffte. Wieder traf ihn ihr Lachen wie eine scharfe, silberne Klinge. Er hielt die Fackel in die Öffnung und gewahrte erneut kleine, ausgetretene Stufen, die nach unten führten. Sie benötigen diese Stufen nicht, einst schon, bevor dein Volk sie in die Dunkelheit vertrieb, sagte Adler. Aber du wirst sie brauchen. Sie steckte die Fackel in eine Vertiefung über dem Schacht. Die Flamme warf einen schwachen, roten Schein in die Dunkelheit unter ihnen. Sie deutete in den Schacht und Bran lockerte sein Schwert und begann hinabzusteigen. Als er in die geheimnisvolle Finsternis eintauchte, verdunkelte sich das Licht über ihm und für einen Moment vermeinte er, Adler habe die Öffnung über ihm verschlossen. Doch dann begriff er, dass sie ihm folgte. Es war kein langer Abstieg. Unvermittelt spürte Bran festen Boden unter den Füßen. Adler schwang sich neben ihn in den schwachen Lichtkreis, der von oben herabfiel. Bran konnte die Wände des Raumes, in dem sie sich befanden, nicht erkennen. Viele Höhlen in diesen Hügeln, erklärte Adler mit einer Stimme, die klein und zerbrechlich klang in dieser Weite. Sind nur Eingänge zu größeren Höhlen, die unter ihnen liegen, genau wie die Worte und Taten eines Menschen nur Andeutungen der Abgründe finsterer Gedanken sind, die sich dahinter und darunter auftun. Und jetzt nahm Bran eine Bewegung im Zwielicht wahr. Die Dunkelheit hing voller verstohlener Geräusche, die ganz bestimmt nicht von menschlichen Füßen herrührten. Funken glommen auf und trieben durch die Schwärze wie flimmernde Glühwürmchen. Immer näher kamen sie, bis sie ihn in einem weiten Halbkreis umgaben. Und hinter diesem Halbkreis glühten weitere Funken, ein ganzes Meer davon. Sie erstreckten sich tief in die Finsternis hinein, bis die fernsten von ihnen zu winzigen Lichtpunkten verblassten. Und Bran wusste, dass es sich um die schrägen Augen von Wesen handelte, die in einer solchen Zahl zu ihm gekommen waren, dass sein Verstand beim Gedanken daran ins Wanken geriet und beim Gedanken an die Riesenhaftigkeit dieser Höhle. Doch als er jetzt seinen uralten Feinden gegenüber stand, kannte Bran keine Furcht mehr. Er spürte die Wellen entsetzlicher Bedrohung, die von ihnen ausgingen, den tiefen Hass, die unmenschliche Gefahr für Körper, Geist und Seele. Stärker als seiner Situation bewusst, doch er fürchtete sich nicht, obwohl er dem ultimativen Horror der Träume und Legenden seines Volkes ins Auge sah. Sein Blut kochte, hervorgerufen von der heißen Erregung der Gefahr, nicht vom Entsetzen der Angst. Sie wissen, dass du den Stein hast, du König, verkündete Adler, und obwohl er wusste, dass sie sich fürchtete, obwohl er spürte, wie Angst. Du bist in tödlicher Gefahr. Sie wissen, welches Blut in deinen Adern fließt. Oh, sie erinnern sich an die Tage, als ihre Vorfahren noch Menschen gewesen sind. Ich kann dich nicht retten. Wir beide werden sterben, wie kein Mensch seit zehn Jahrhunderten gestorben ist. Sprich zu ihnen, wenn du willst. Sie verstehen deine Sprache, auch wenn du ihre nicht verstehst. Doch es wird dir nichts nützen. Du bist menschlich und ein Pikte. Bran lachte und der näher rückende Ring aus funkelnden Augen schreckte vor der Wildheit seines Lachens zurück. Mit dem rauen Schaben von Stahl, das die Seele erzittern lässt, zog er sein Schwert und lehnte sich mit dem Rücken gegen eine wie erhoffte massive Felswand. Mit dem Schwert in der Rechten und dem Dolch in der Linken stellte er sich diesen glitzernden Pupillen und lachte mit dem Grollen eines blutdurstigen Wolfes. Ei, knurrte er, ich bin ein Pikte, ein Sohn jener Krieger, die eure fieschen Vorfahren vor sich her trieben, wie der Sturm die Spreu, die das Land mit eurem Blut tränkten und eure Schädel hoch auftürmten, als Opfer für die Mondfrau und ihr, die ihr vor so langer Zeit vor meinem Volk geflohen seid, wagt es nun euren Herrn anzuzischen? Ergießt euch doch über mich wie die Flut, wenn ihr es wagt. Bevor eure Giftzähne mein Leben austrinken, werde ich euch niedermähen wie reifes Korn. Aus euren abgetrennten Köpfen werde ich Hunde der Finsternis, Gezücht der Hölle, Würmer der Erde, kommt doch und kostet meinen Stahl. Wenn der Tod mich in dieser dunklen Höhle ereilt, werden eure Überlebenden die Massen an Toten beweinen und euer schwarzer Stein wird für euch auf ewig verloren sein, denn ich allein weiß, wo er versteckt liegt und auch sämtliche Qualen der Hölle werden mir dieses Geheimnis nicht entreißen können. Es folgte eine angespannte Stille. Grimmig starrte Bran den funkelnden Augen entgegen, kampfbereit wie ein in die Enge getriebener Wolf, der auf den Angriff wartet. Neben ihm kauerte Adler mit lodernden Augen, und da erhob sich aus dem stummen Halbkreis, der gerade außerhalb des schwachen Lichtscheins lauerte, ein leises abscheuliches Gemurmel. Bran, wenn gleich auf alles vorbereitet, zuckte zusammen. Ihr Götter, war das die Sprache von Kreaturen, die man einst Menschen genannt hatte? Adler richtete sich auf und lauschte gebannt. Aus ihrem Mund drang das gleiche abstoßende leise Zischen, und Bran, obwohl er das grausige Geheimnis ihrer Abstammung kannte, wusste, dass er sie nie wieder berühren konnte, ohne die tiefste Abscheu zu empfinden. Sie wandte sich ihm zu und ein merkwürdiges Lächeln spielte in diesem geisterhaften Licht auf ihren roten Lippen. Sie fürchten dich, oh König, bei den schwarzen Geheimnissen von Rellier. Wer bist du, selbst die Hölle vor dir verzagt? Nicht dein Stahl, sondern die nackte Wildheit deiner Seele hat ungeahnte Furcht in ihren fremdartigen Seelen geweckt. Sie sind bereit, den schwarzen Stein für jeden erdenklichen Preis zurückzukaufen. Gut. Bran steckte seine Waffe in den Gürtel. Sie sollen versprechen, dir kein Leid zuzufügen, weil du mir geholfen hast. Und seine Stimme klang tief wie das Schnurren eines jagenden Tigers. Sie sollen mir Titus Sulla ausliefern, den Gouverneur von Eborakum, gegenwärtig Kommandant von Trajans Turm. Sie vermögen es. Wie, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass in den alten Tagen, als mein Volk gegen diese Kinder der Nacht Krieg geführt hat, Säuglinge aus bewachten Hütten verschwanden und niemand, die die bekommen oder gehen sah. Haben sie das verstanden? Wieder erhob sich dieses leise, grässliche Gezische und Bran, der ihren Zorn nicht fürchtete, erschauderte beim Klang ihrer Stimmen. Sie haben verstanden, sagte Adler. Morgen Nacht, wenn die Schwärze, die dem Morgengrauen vorangeht, die Erde verhüllt, schaffe den schwarzen Stein zu Dagon Ring. Lege den Stein auf den Altar. Dort werden sie Titus Sulla zu dir bringen. Vertraue ihnen, die Geschicke der Menschen haben sie viele Jahrhunderte nicht gekümmert, doch sie werden ihr Wort halten. Bran nickte und wandte sich um. Dicht gefolgt von Adler stieg er die Treppe hinauf. Oben angekommen drehte er sich noch einmal um und spähte hinab. Soweit er sehen konnte, wogte da ein glitzernder Ozean gelber nachblickten. Doch die Besitzer dieser Augen hielten sich sorgsam jenseits des trüben Kreises aus Fackellicht und so konnte er von ihren Körpern nicht sehen. Ihre leisen zischenden Stimmen drangen zu ihm herauf und er erschauderte als seine Fantasie ihm nicht eine Schar zweibeiniger Kreaturen ausmalte, sondern ein wimmelndes wogendes Gewirr von Schlangen, die mit ihren glitzernden und niemals Adler ließ den Verschlussstein zurück an seinen Platz gleiten. Mit erstaunlicher Genauigkeit passte er in den Eingang des Schachtes. Bran bemerkte nicht den geringsten Spalt im scheinbar soliden Boden der Höhle. Adler hob die Hand, um die Fackel zu löschen, doch der König hielt sie zurück. Lass sie brennen, bis wir aus der Höhle heraus sind, knurrte er, damit wir nicht im Dunkeln auf eine Natter treten. Adlers süßes, hasserfülltes Lachen scholl boshaft durch die flackernde Düsternis. Es war nicht lang vor Sonnenuntergang, als Bran am schilfbewachsenen Ufer von Dagons See ankam. Er warf Umhang und Schwertgurt zu Boden und entkleidete sich bis auf seine kurzelederne Kniehose. Dann klemmte er seinen blanken Dolch zwischen die Zähne und glitt Neidigkeit eines tauchenden Seehundes ins Wasser. Mit kräftigen Zügen schwamm er in die Mitte des kleinen Gewässers, dann tauchte er hinab. Der See war tiefer, als er vermutet hatte. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er am Grund anlangte, und dann fanden seine tastenden Hände nicht das, wonach er suchte. Ein dumpfes Dröhnen in seinen Ohren warnte ihn, tief atmete er die belebende Luft ein, dann tauchte er noch einmal hinab, doch seine Suche blieb erfolglos. Noch ein drittes Mal schwamm er in die Tiefe und endlich stießen seine suchenden Hände im Schlick des Grundes auf ein vertrautes Objekt. Er packte es und tauchte auf. Der Stein war nicht sonderlich groß, aber schwer. Bran schwamm ohne Eile. Doch plötzlich kräuseln des Wassers um sich herum, das nicht von seinen eigenen Schwimmbewegungen herrührte. Er hielt den Kopf unter Wasser und versuchte die blauen Tiefen mit seinem Blick zu durchdringen und ihm war als sähe er dort wage einen gigantischen Schatten. Er schwamm schneller, nicht aus Angst, sondern aus Vorsicht. Seine Füße berührten den seichten Boden des Ufers. Schnell wartete er an Land. Er blickte sich um und sah, wie das Wasser aufwirbelte, um sich dann zu beruhigen. Fluchen schüttelte er den Kopf. Er hatte die alten Legenden, wonach Dagons See das Versteck eines namenlosen Wasserungeheuers war, immer als Unsinn abgetan. Doch nun schien er lediglich um ein Haar davongekommen zu sein. Die halb vergessenen Mythen dieses uralten Landes nahmen vor seinen Augen Gestalt an und erwachten zum Leben. Was für eine urzeitliche Kreatur unter der Oberfläche dieses trügerischen Tümpels lauerte, wusste Bran nicht, aber offenbar hatten die Marschbewohner gute Gründe, diesen Ort zu meiden. Bran warf sich die Kleidung über, bestieg seinen schwarzen Hengst und ritt über die Marschen in das trostlose blutrote Nachglühen des Sonnenuntergangs, den schwarzen Stein in seinen Umhang gewickelt. Nicht zu seiner Hütte ritt er, sondern nach Westen, in die Richtung von Trajansturm und dem Ring Dagons. Während die Meilen unter ihm dahinflogen, kamen die roten Sterne zum Vorschein. Die Mitternacht verging in der mondlosen Nacht und noch immer ritt Bran. Sein Herz brannte auf das Zusammentreffen mit Titus Sulla. Adler hatte sich mit hämischer Freude ausgemalt wie der Römer sich unter der Folter wand, aber das war es nicht, was der Pikte im Sinn hatte. Der Gouverneur sollte eine faire Chance mit der Waffe bekommen. Mit Bran eigenem Schwert sollte er sich dem Dolch des Pikten Königs stellen und gegen ihn um Leben und Tod kämpfen. Und obwohl man Sulla überall in den Provinzen als Schwertkämpfer rühmte, hatte Bran keinen Zweifel, wie dieser Kampf ausging. Dagon's Ring lag in einiger Entfernung vom Turm, ein düsterer Kreis aus hoch aufragenden Steinen mit einem grob behauenen Steinaltar in der Mitte. Die Römer hatten für diese Menhiere nur Verachtung übrig. Sie glaubten, die Druiden hätten sie errichtet. Die Kelten wiederum vermuteten, dass sie von Brans Volk den Pikten stammten. Bran jedoch wusste nur zu gut, welche Hände diese grausigen Monolithen in den vergessenen Zeiten errichtet hatten, aber zu welchem Zweck das konnte er nur raten. Der König ritt nicht direkt zum Ring. Zu groß war seine Neugier, wie seine unheimlichen Verbündeten ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten gedachten. Dass sie Titus Sulla aus der Mitte seiner Männer entführen konnten, davon war Bran überzeugt und er glaubte auch zu wissen, wie sie es zu Wege brachten. Er spürte das Nagen einer seltsamen Besorgnis, als habe er sich mit Mächten unbekannten Ausmaßes eingelassen und Kräfte freigesetzt, die er nicht zu kontrollieren vermuchte. Jedes Mal, wenn er sich an dieses reptilienhafte Gemurmel erinnerte, an diese schräg stehenden Augen in der Nacht, schien Naturen waren schon abscheulich genug gewesen, als sein Volk sie vor Urzeiten in die Höhlen unter den Hügeln vertrieben hatte. Aber was hatten die langen Jahrhunderte des Niedergangs aus ihnen gemacht? Hatten sie sich in ihrem lichtlosen unterirdischen Leben überhaupt noch menschliche Eigenschaften bewahrt? Ein Gefühl trieb ihn dazu, zum Turm zu reiten. Er wusste, es konnte nicht mehr weit sein. Wäre die Dunkelheit nicht so undurchdringlich gewesen, hätte er schon deutlich seine scharfen Umrisse am Horizont sehen müssen, und selbst jetzt müsste er ihn eigentlich schon schwach erahnen können. Eine grausige Vorahnung überkam ihn, und er trieb seinen Hengst zu einem schnellen Galopp an. Ohne Vorwarnung taumelte Bran in seinem Sattel, als habe man ihm einen Schlag versetzt, so unbegreiflich schien der Anblick, der sich ihm darbot. Der unbezwingbare Turm Trajans war nicht mehr. Bran's erstaunter Blick fiel auf einen riesigen Haufen Ruinen, auf zerschmetterte Steine und geborstene Granitblöcke, aus denen die zersplitterten Enden zerbrochener Balken ragten. An einer Ecke des Schuttbergs erhob sich noch ein Turm über die Masse zerstörten Mauerwerks, doch trunken neigte er sich zur Seite, als habe eine unbekannte Macht seine Fundamente halb aus der Erde gerissen. Bran stieg ab und ging zu Fuß weiter. Ganz benommen war er vor Fassungslosigkeit. Der Graben war stellenweise mit herabgestürzten Steinen und Teilen der gemauerten Wand gefüllt. Er überquerte ihn und gelangte zwischen die Ruinen, wo noch vor wenigen Stunden das Pflaster von martialischen Tritten eisengepanzerter Füße wiedergehallt und die Wände das Klirren der Schilde und das Schmettern der lärmenden Trompeten zurückgeworfen hatten, herrschte jetzt eine grausige Stille. Direkt vor Brahns Füßen rührte sich stöhnend eine gebrochene Gestalt. Der König beugte sich hinab zu einem Legionär, der in einer klebrigen Lache seines eigenen Blutes lag. Mit einem Blick erkannte der Pikte, dass der grausam zerschmetterte und entstellte Mann im Sterben lag. Bran hob den blutigen Kopf des Mannes und hielt ihm seine Trinkflasche an die geborsternen Lippen. Instinktiv nahm der Römer einen tiefen Schluck und ließ das Wasser durch seine zersplitterten Zähne rinnen. Im schwachen Licht der Sterne sah Bran wie seine glasigen Augen rollten. Die Mauern stürzten ein, flüsterte der Sterbende. Sie fielen auf uns herab wie der Himmel am Tag des Weltuntergangs. Beim Jupiter es regnete Scherben aus Granit und Hakelkörner aus Marmor. Ich habe kein Erdbeben gespürt. Verwundert runzelte Bran die Stirn. Es war kein Erdbeben, murmelte der Römer. Vor Sonnenuntergang begann es, dieses leise Kratzen und Schaben tief unter der Erde. Wir von den Wachen hörten es, wie scharrende Ratten oder wie Würmer die Gänge im Untergrund graben. Titus lachte uns aus, aber den ganzen Tag lang hielt es an. Dann um Mitternacht begann der Turm zu erzittern und schien abzusinken, als seien die Fundamente untergraben wurden. Ein Schauder durchfuhr Bran Magmor die Würmer der Erde. Tausende dieser Kreaturen, die wie Maulwürfe tief unter der Festung wühlten, ihre Fundamente unterhüllten. Ihr Götter, das Land musste von Stollen und Höhlen durchzogen sein. Diese Wesen waren noch weniger menschlich, als er gedacht hatte. Welche grausigen Gestalten der Finsternis hatte er da um Hilfe gebeten? Was ist mit Titus Sulla? fragte er und hielt dem Legionär noch einmal die Flasche an die Lippen. In diesem Moment war der sterbende Römer wie ein Bruder für ihn. Als der Turm erzitterte, vernahmen wir einen entsetzlichen Schrei aus der Kammer des Gouverneurs, flüsterte der Soldat. Wir eilten dorthin. Als wir die Tür aufbrachen, hörten wir seine Schreie. Sie schienen sich zu entfernen, hinab ins Innere der Erde. Wir stürmten hinein, doch der Raum war leer. Sein blutbeflecktes Schwert lag auf dem Boden. In den Stein fließen des Bodens kähnte ein schwarzes Loch. Dann wankte der Turm, das stürzte ein, ich kroch durch einen Sturm fallender Wände. Ein heftiger Krampf durchzuckte die zermalmte Gestalt. Leg mich nieder, Freund, flüsterte der Römer. Ich sterbe. Er atmete schon nicht mehr, als Bran seinem Wunsch nachkam. Der pickte erhob sich und wischte sich gedankenverloren die Hände ab. Rasch entfernte er sich von diesem Ort und als er über die dunklen Marschen galoppierte, kam ihm das Gewicht des verfluchten schwarzen Steins unter seinem Umhang vor wie das Gewicht eines grauenvollen Albtraums auf der Brust eines Sterblichen. Indem er sich dem Ring näherte, sah er in dessen Inneren ein gespenstisches Glühen, vor dem die hohen Steine sich abzeichneten wie der Brustkasten eines Skeletts, in dem ein Hexenfeuer brennt. Der Hengst schnaubte und scheute, als Bran ihn an einem der Menhiere anband. Er nahm den Stein und schritt in den grausigen Kreis, wo er Adler neben dem Altar stehen sah, eine Hand in die Hüfte gestützt. Ihr geschmeidiger Körper wiegte sich in schlangenartigen Bewegungen. Der ganze Altar glühte in diesem gespenstischen Licht und Bran wusste, dass jemand, wahrscheinlich Adler, ihn mit Phosphor aus einem unbekannten Sumpf oder Morast eingerieben hatte. Er trat vor, wickelte den Stein aus dem Umhang und warf das verfluchte Ding auf den Altar. Ich habe meinen Teil der Übereinkunft erfüllt, knurrte er. Und sie ihren, erwiderte sie. Sie nur, sie kommen. Er wirbelte herum, instinktiv fuhr seine Hand ans Schwert. Draußen wierte der große Hengst verzweifelt und zerrte wild an seiner Leine. Der Nachtwind flüsterte durch das wogende Gras und ein abscheuliches leises Zischen mischte sich unter dieses Geräusch. Zwischen die Menhiere strömte eine schwarze Woge von Schatten, unruhig und chaotisch. Der Ring füllte sich mit glitzernden Augenpaaren, scheinbar schwebend außerhalb des trügerischen Leuchtkreises, den der phosphorisierende Altar warf. Irgendwo in der Dunkelheit kicherte und brabbelte eine menschliche Stimme idiotisch vor sich hin. Bran versteifte sich, als der Schatten des Entsetzens nach seiner Augen an, versuchte die Umrisse jener auszumachen, die ihn umgaben, aber er nahm nur eine wogende Masse aus Schatten wahr, die fast wie eine Flüssigkeit wimmelte und waberte. Sie sollen ihren Teil des Handels erfüllen, fauchte er wütend. Dann siehe, o König, rief Adler mit durchdringendem Spott. Es gab eine Bewegung. Es brodelte in der wimmelnden Schattenmasse Tier eine menschliche Gestalt. Vor Brans Füßen kroch sie umher und krümmte sich und schnitt Grimassen. Dann hob sie einen Kopf wie ein Totenschädel und jaulte wie ein sterbender Hund. Im grausigen Licht gewahrte Bran erschüttert die leeren glasigen Augen, die blutleeren Züge, die schlaffen, zitternden, schaumbedeckten Lippen des nackten Wahnsinns. Ihr Götter war das etwa Titus Sulla der stolze Herr über Leben und Tod in der stolzen Stadt Eborakum? Bran zog sein Schwert. Ich hatte geplant, diesen Schlag aus Rache zu führen, sagte er düster. Jetzt tue ich es aus Erbarmen. Wahle Cäsar. Der Stahl blitzte im gespenstischen Licht und Sullas Kopf rollte an den Fuß des glühenden Altars, wo er in den Himmel starrend liegen blieb. Sie haben ihm kein Leid angetan. Atlas hasserfülltes Lachen zerriss die morbide Stille. Was er sah und erfuhr, hat seinen Verstand gebrochen. Wie alle von seinem schwerfüßigen Volk wusste er nichts von den Geheimnissen dieses uralten Landes. In dieser Nacht wurde er durch die tiefsten Abgründe der Hölle geschleift, wo selbst du erbleicht wärst. Gut für die Römer, dass sie die Geheimnisse dieses verfluchten Landes nicht kennen, schrie Bran wütend. Mit seinen von Ungeheuern verseuchten Tümpeln, seinen teuflischen Hexen und seinen vergessenen Höhlen und unterirdischen Reichen, wo in der Dunkelheit Gestalten der Hölle gezeugt werden. Sind sie denn teuflischer als ein Sterblicher, der sich ihrer Hilfe bedient? rief Adla mit einem spöttischen Kreischen aus. Gib ihnen den schwarzen Stein! Eine übermächtige Abscheu ließ Bran's Seele erzittern und erfüllte ihn mit rasender Wut. Ei, so nehmt euren verfluchten Stein! brüllte er, riss ihn vom Altar und warf ihn mit solchem Ingrim zwischen die Schatten, das unter seinem Aufprall Knochen zersplitterten. Ein hektisches Gebrabbel in jener grässlichen Sprache erhob sich und die Schattenschienen aufgeregt zu brodeln. Eines der Wesen löste sich für einen Augenblick aus der Masse und Bran schrie in wildem Ekel auf, obwohl er nur einen flüchtigen Blick auf die Kreatur erhaschte. Ihm war, als habe er einen breiten und seltsamen flachen Kopf wahrgenommen, hängende, schlaffe Lippen, die scharfe, gekrümmte Fangzähne entblößten und einen abscheulich missgestalteten zwergenhaften Körper, der gefleckt zu sein schien und dazu diese niemals blinzelnden Reptilien Augen. Ihr Götter! Die Mythen hatten ihn auf das Grauen in Menschengestalt vorbereitet, auf ein Grauen hervorgerufen durch ein animalisches Antlitz und groteske Deformierungen, aber dies hier war das Grauen der Albträume und der Nacht. Kehrt zurück in die Hölle und nehmt euer Götzenbild mit euch, schrie er und stieß seine zurückzogen und von ihm fortströmten wie das faulige Wasser einer schwarzen verderblichen Flut. Eure Vorfahren waren Menschen, wenn auch groteske und hässliche, aber bei den Göttern, ihr seid zur abscheulichen Verkörperung dessen geworden, was mein Volk euch im Spott genannt hat, Würmer der Erde. Verschwindet in eure Hüllen und Erdlöcher! Ihr verseucht die Luft und hinterlasst auf der unschuldigen Erde den Schleim des Schlangengezüchts, zu dem ihr geworden seid. Gruner hatte Recht. Es gibt Kreaturen, die sind zu widerwärtig, um sie selbst gegen Rom einzusetzen. Er floh aus dem Ring, wie man vor einer lauernden Schlange fliehen mochte, und riss seinen Hengst los. Neben ihm kreischte Adler in furchtbarem Gelächter. Alles Menschliche fiel von ihr ab wie ein Umhang in der Nacht. König des Piktenlandes, König der Narren, schrie sie. Erzitterst du vor solch einer kleinen Kreatur? Bleib und ich zeige dir die wahren Früchte der Tiefe. Lauf, Narr, lauf, aber du bist jetzt mit dem Makel befleckt. Du hast sie gerufen und das werden sie nicht vergessen. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie wieder zu dir kommen. Er stieß einen wortlosen Fluch aus und schlug ihr mit der Hand hart ins Gesicht. Sie taumelte zurück. Blut lief ihr aus dem Mund, aber ihr teuflisches Gelächter erklang nur noch lauter. Bran sprang in den Sattel. Er sehnte sich nach der unbefleckten Heide und den kalten blauen Hügeln des Nordens, wo auf sein Schwert das saubere Gemetzel und auf seine gepeinigte Seele das rote Chaos der Schlacht wartete und wo er das Grauen vergessen konnte, das unter den Marschen des Westens lauerte. Er ließ dem verzweifelten Hengst die Zügel schießen und ritt durch die Nacht wie ein gehetzter Geist, bis das höllische Lachen der heulenden Wehrfrau in der Dunkelheit hinter ihm verklang. Die ze Die Vielen Dank.